Espinosa. Oh, fein gemacht. Oh, fantastisch gemacht. John Espinosa hat was verpasst. Wir sehen ein Plädoyer der Luzerner Verteidigung gegen Sonntagsarbeit. Luganos Torschütze Espinosa bekommt alle Freiheiten zugestanden, die man bei der Realisierung eines Schmuckstücks braucht. John Espinosa, 24-jähriger Nationalspieler aus Ecuador, holt sich den Naturalpreis für dieses Prachtstor auf der Bank gleich oben. Das ist ein Plädoyer der Luzerner Verteidigung gegen Sonntagsarbeit. Verteidigung gegen Sonntagsarbeit. Volumen gegen Sonntag. Verteidigung gegen Sonntagsarbeit. Imbian gegen Sonntagsarbeit. Verteidigung gegen Sonntagsarbeit. Luganos Torschütze Espinosa wurde mit einem Schmuckstückverدي, Drei S구�marker. Drei Sättigt es, mit dem Schmuckstückverdecksen, Lenin Torschütze Espinosa, Die Hälfte ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020